Hallo meine Lieben, ich bin die Nora, wir spielen Game of Thrones, ein einfaches Platin, er lädt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das jetzt so funktioniert. Ich habe mir gedacht, er fängt relativ gleich an, aber ja. Telltale-Spiele sind meistens so, dass sie laden. Ich hätte daran denken müssen. Es erleichtert Platin-Trophäe, weil man generell nur das Spiel abschließen muss. Die Spielserie passt sich an Entscheidungen an, die Handlung verändert sich je nachdem, wie du spielst. Seit tausenden von Jahren war das Haus Forrester ein treuer Vassal von Haus Stark. In den dunkelsten Bereichen des Wolfswaldes fällen sie die seltenen Eisenholzbäume. Nun ist der Norden vom Krieg zerrissen und gegnerische Häuser versuchen, das Eisenholz der Forresters für sich zu beanspruchen. Und das Schicksal von Haus Forrester steht auf dem Spiel. Also man muss das Spiel nur abschließen. Für Platin. Oh, das habe ich vergessen. Ich habe das schon mal gespielt vor vier oder fünf Jahren. Oh, schön gemacht, das Pferd. The great Jaime Lannister, Kingslayer, Ghostbreaker, brought to his knees by the men of the north. And set free by the women. You'd think he'd done it himself the way he tells it. Old Forrester's sword won't clean itself, you know. Aha. Also willst du ein bisschen das Schwert putzen? Ich gebe mir gerade mit einem Anstapsel. Make sure it's spotless this time. Old Forrester won't be happy with blood and brains all over it. Go on. It's only blood. Now that is a proper sword. I'll have one like it myself someday. You? You'll never have a sword like that. I say that as a friend. I mean, if we're being honest, you are just a spryer. I will. You'll see. Of course, your lordship. After you take your rightful place on the Iron Throne. I had a handache, you know. Hand him what's capturing him? He was nowhere near the Kingslayer at the whispering mood. He was so drunk, he barely made it out of his tent. Next, not till is he caught Tyrion, too. So what really happened? Someone caught him, I suppose. If that's Kenny Manier and they'll say it was them. You captured the Kingslayer. Aye. Well, I had a hand in it. Aye. His ankle as ten others took him down. See? What did I tell you? I brought him to his knees. Old Forrester. But not before he dragged you halfway across the battlefield on your face. You're questioning Naren's honor. I'm questioning Naren's story. He must grow more far-faced every time he tells it. Get your leads load some wine. Go on. It's your job. Right. Thanks. You're welcome. I must do it. Thank you, Gareth. I'll do it. I'll do it. Naren's family has faithfully served House Forrester for centuries. His honor is beyond reproach. House Tully is forever in his debt. They've never seen a field plowed so well as the day the Kingslayer dragged poor Naren across the battlefield. Die durften die Schlacht gewonnen haben, so wie es ausschaut. Oh, ich darf auch was trinken, schau dir das an. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Nett. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay. Ja, mein lord. Ja, der Roderick. Okay, das ist so ein von dem Typen. Mit mir, mein Lord? Oh, er will wissen, was wir uns... Merkt euch das, Lord Forrester wird sich daran erinnern. Wir sollen morgen auch noch mitreiten. Ich werde euch nicht enttäuschen. Danke, mein Lord. Ich versuche, ich werde dich nicht verletzen. Das, das ich nicht verletzen. Aber für jetzt, wir halten das zwischen uns. Wir sind heute Abend. Und ich würde nicht die anderen Squier zu fühlen. Ja, mein Lord. Jetzt geh, und find Roderick, wenn du kannst. Ich will, mein Lord. So, wie Roderick? Los geht's. So, ich werde dichэфф 다른 Sachen unter Raum werden. So, das war ganz wichtig. Ich werde dich nicht verletzen. Ja, es ist ein paar Trucke, wie ich mit deinem Sprache verletzen. Ich werde dich nicht verletzen. Nein! Du bist so, deinem Sprache ist. Ich werde mich selbst verletzen lassen. Ich werde mich vorfragen, das ist. Ich werde mich mit deinem Sprache verletzen. Hm. Mach einfach dann abends. Ich weiß nicht mal, warum die alle unbedingt in den Krieg wollen. Ist doch gut, wenn du einem Lord dienen kannst und nur beimhängen und so so Zeug und Pferde abgenommen. Und? Was ist so schlimm dran? Genug gejammert. Zwillingerfest um das Haus ist frei, die rote Hochzeit. Rot ist Blut. Ich meine, rot ist der Wein auch, aber... Blut. Drunk your share. Good thing, Lord Walders. In a generous mood. Fucking phrase. Nice night for a wedding. Das stimmt los nicht. Not often he finds a willing husband for one of his daughters. Don't expect me to carry it for you, Sir Gerard. Jetzt geht's los. What? What's wrong? I've just gotten into you. You're acting rather odd. We need to get back. Now. They're fine. They can wait. No, you don't understand. We need to go. Then take the fucking flag in already. What? No, you're acting like a bitch. What? What? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. You're going to get back in such a rush. No, no, no. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh. Oh, shit! Muss ich ihn was drücken, oder? Was muss ich machen? Ah, okay, da sind wir. Oh oh, das war der Drift da nicht zu uns, oder? Oh oh, die sind schon krasselt, oder was? Nein! So wirst du... Nein! Ah! Ah! Zu spät! Ich bin tot! Ja, ja, xx. Ach, Scheiße! Ich hab so gut angefangen. Oh Gott! Ich hab so gut angefangen. Ich hab so gut angefangen. Ich hab so gut angefangen. Oh oh, was ich das? Was ist? Ich hab so gut angefangen. Dann sterben, oder? Ich bin tot, oder? Ich bin tot, oder? Es ist zu wunderschön, aber die lassen die Pferde los. Oh oh. Das ist eine wirkliche Richtung. Ich bin tot, oder? Ich bin tot, oder? Ich bin tot, oder? Ich hätte versucht ihn zu retten. Ich hätte sagen, sie haben ihn niedergemetzelt. Scheiße. Daran würde er sich auch vergenommen. Ich hätte sagen, sie haben ihn nicht zu retten, oder? Oh ja. Ich sage gar nichts. Wollt ihr den Klappen? Was ist das auch so? Das war nicht so gut. Was ist das? Wollt ihr die Schwerke? Wollt ihr die Schwerke? Wollt ihr das? Oh oh! Warum ist er nicht überhaupt gegründet? Ja, hau ab. Normalerweise sollen wir das ja nicht machen, seine Männer zurücklassen. Ist er verwundet? Und jetzt? Wieso das rauszogen? Ist ja klar, dass das Blut... Ach so, der hat eben da durchgestochen. Ich hab's wieder vergessen. Das Schwert ist urschwer. Wir müssen weggehen. Es ist noch Zeit, mein Lord. Wir können beide... Du musst gehen. Beide Gottes. Du wirst mich übernehmen. Er wird sich daran erinnern. Schon wieder. Der Nord... Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre, dass ich will, mein Lord. Hey! Es sind die Forrester! Herr Hörger, du musst das für dein Haus machen. Geh! Böge die Forrester! Wir haben einen Lobster. Und er bleibt auch noch stehen und schaut. Es ist unglaublich. Ein Wahnsinn. Oh, durch die Nacht. Das war wahrscheinlich Kapitel eins dann. Also wenn ein Kapitel fünfzehn Minuten dauert, dann erfolgt es ja gerne eineinhalb Stunden. Es geht eigentlich. Das Ganze mal sechs ist in circa... also in unter zehn Stunden. Rate. Wir haben das schon gemacht, dass es mir damals alles gar nicht aufgefallen ist. Wie kritisch das ist. Als hätten sie das Holz irgendwie zuerst gebaut und dann irgendwie... Also so wie ein Modellbau-Dienst. Und manchmal machen wir so was. Ich hoffe, der Ton ist nicht zu laut, aber ich lasse jetzt für die Folge so und endere es im Notfall dann bei der zweiten. Eisen aus Eis Folge eins. Ja. Ich bin bereit. Komm, spiel! Eine Sache bei dem Spiel ist, wurscht was man macht, es ist wahrscheinlich falsch. Wer viel umschauen kann ich ihm wieder noch nicht nehmen. Ah, da. An sein Blut. Blut. Guckst du Blut? Okay. Ja, ja, kosten! Es ist wie bei Detroit Become Human. Da kostet er auch, dass er weiß, wem das Blut gehört. Das Schwein ist tot. Aber das schaut nicht so aus, als hätt's Blut verloren. Ja, da brennt was. Das ist nicht gut. Kein gutes Zeichen. Ahhhh. Guck. Nichts. Wahnsinn. Er geht auch nicht schneller, wenn man auf Wahnsinn drückt. Ich sehe da nicht mal einen Wagen. Das hätte ich nicht als Wagen erkannt. Oh oh. Das ist nicht gut. Wie viele Schweine stehe ich in die Absage einmal? Ich gehe zu meinem Vater. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ist wirklich nicht dran? Keine Ahnung. Oh oh. Oh oh. None of your fucking business. Schöne Sprache. Die Schweine sind tote. Willst du mich denen verfüttern, du Depp? Das ist ja unglaublich. Ja, das habe ich vorher schon gesagt. Das Schwert ist zu groß. Meine Lande. Das ist Bolton Land. Das ist jetzt Bolton Land. Lord Bolton ist der neue Wagen des Norden. Ich denke, er würde so eine richtige Lorde-Sword like das. Greis hätte das heißen sollen. Greis hätte das heißen sollen. Fehlt denn beide Beine oder nur eins? Es ist angewinkelt. Steckt noch was drin? Nein, 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 nein. Verschwinde. Fuck you. Oh, ich habe gedacht, er sagt fuck off. That's right. Oh oh. Zack. Oh oh. Habe ich schon oh 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 gesagt? Oh oh. Oh oh. Ich wiederhole mich. Scheiße. Mistgabel. Ja, damit kann ein Bauer umgehen. Oder Axt. Axt. Wup. Axt. Zack. Ja, der ist da, der hinüber. Auf Wiedersehen. Das steckt das Ding fest, du Depp. Du musst das ja wieder rausziehen. Wup. Der Link ist wirklich immer trotzdem immer beide. Bei allen Telltales spielen immer sicherheitshalber beide wenn es geht, weil man nie weiß. Ah, X. Dreieck. Ja, das tut weh. No, 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 no. Das war ein letzter Moment. Ja, die hätte mit mir auch keine Barmen gehabt. Ich lasse ihn leben und bin trotzdem dann der, weil der wird sich, der wird sich bei mir rechnen, der kommt von hinten und bringt mich um in der Nacht, fix. Gerechtigkeit oder Gnade haben wir eine Trophäe bekommen. Vater? Mist, das schaut nicht rein aus. Das hat er ja gerade gesehen. Die Schwester hat sich versteckt und steckt darüber und dann schauen wie er stand oder schockiert. Ich hoffe, der hat sich nicht im Schweinestall versteckt. Du hast doch gerade einen von denen laufen lassen, die das gemacht haben. Ich glaube, die Entscheidung war falsch. Aber was habe ich vorhin gesagt? Die Entscheidungen sind alle falsch, die wir machen. Okay, jetzt sind wir bei den Foresters daheim. Arth! Es ist Garret! Gehed den Kasterlin! Er sagt ihm, dass sein Vater überkommen hat! Ah, ja, da kommen jetzt Fragen über Fragen! Ficks! Die wollen jetzt alle wissen, was passiert ist. Und ich sag so, Hecker, was ich sag, es wird falsch sein. Sie hat meine Familie. Und für was? Meine Freundin, sie war nur acht Jahre alt. Das hätte niemals mit den Starken in der Macht gegeben. Es ist unimaginabel, unabhängig. Du hast meine Schulden. Danke, Herr Herr. Ah, da schaut sich mein Bein an. Das war Gerechtigkeit, ich hatte keine Wahl. Sie hat mich attackiert. Ich hatte keine Wahl, aber mich zu schützen. Natürlich. Und wir können nicht die Weitels einfach über uns gehen. Diese Maggots sollten sich helfen, die Infektion zu verhindern. Halt die Wälde für mich, bitte? Falsche Richtung, oder? Was soll ich jetzt machen? Aufhalten, wirklich? Der haut da wirklich Maden in die Wunde, what the fuck? Nein. Ja. Ich weiß nicht, dass ich nicht die Wunde. Es ist ein Schmerz. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich die Frau, die Frau und die Frau vorabschiede. Ich weiß nicht, dass ich die Frau und die Frau gewissene Menschen... Ja, der hat so viele Matenräte. Es geht ein bisschen... Ich pack das nicht. Ich hab Gänsehaut am Rückenzug raus, wie ist das? Warum stelle ich mir das wieder vor Kopfkino? Ah, das geht dich jetzt nix an. Das ist für mein Onkel bestimmt. Geh meinen Onkel. Ich hab nur gesagt, dass ich ihm nur sagen darf. Dein Onkel? Dann muss ich dann eher wichtig sein. Dein Onkel? Ich verstehe. Das muss dann eher wichtig sein. Lady Forrester wird jetzt hier in any moment now. Ich möchte, dass du mit mir gehen kannst, um zu sehen, ob du auf dem Legen kannst. Also, wenn das mein Bein war, aber jetzt, wo der Maden drin ist, würde ich es lieber amputieren. Ich kann nicht umschauen. Touch. Rather cute little creatures, aren't they? I guess. Sprechen. Hmm. Did your leg feel weak? No. I just wanted to ask you. Warum hassen die White Hillsons? Wenge macht wahrscheinlich. Ich denke, es ist sicher zu sagen, dass das Gefühl ist mutuell. Es hat einen Entzündung zwischen den beiden Häusern für so lange wie jeder kann erinnern. Ich bin nicht froh, dass jemand jemand jemanden, jemanden, das ledigte zu mehr Häusern von jemanden, und dann, naja, hier wir sind. Einer tutt den anderen. Wer ist denn noch ein Lord, vielleicht? Wer ist denn noch ein Lord von Haus Forrester? Ehthen, natürlich. Aha, Ethan. Ja, dann. Was wird aus mir? Ja. Kann ich ihn sehen, keine Ahnung? Ist er hier? Ja, aber ich glaube, er ist in der Moment nicht verletzt. Er mag nicht, dass er sich nicht verletzt wird, während seine Lüte praktizieren. Lauter. Die Whitehills wollen Forrester Ironwood. Ah, sie würden es alles tun, wenn wir sie lassen würden. Es ist besonders jetzt, mit den Boltons in Kraft. Und proceed, um alle letzten Entzündungen zu verletzen, bis es nichts mehr gibt. Just as they've done before. Okay. Can I go now? I believe your leg will be fine. Only time will tell, but... Lady Forrester. Es war schneller, denn wenn ich es gleich gesagt hätte, hm? Welcome home, Garrett. We're all relieved to know you survived. Thank you, my lady. Talia asked to see you. Garrett, I heard what happened. Is it true? Your family... Yeah. I'm so sorry. Me too. Ach, schrecklich, sowas. Off to bed now. Hurry on. Warum wir Menschen wollen, was andere Menschen gehört? Dabei gehört eigentlich keinem was, weil er alles für alle da ist. Garrett was just telling me how valiantly Lord Forrester fought to the end, even when all was lost. I'm sure Lady Forrester would like to know, whatever you can recall. Er hat so noch nie geliebt. Er hat tapfer gekämpft, ich weiß nicht, was ich sagen soll. He fought valiantly, my lady. Of course he did. He was House Forrester's best. Ah. This has been so incredibly difficult for us, especially the children. But I was told, I was told you were the last to see my husband alive. Yes, my lady. I know it may be difficult to remember, but if I may ask, was there anything he said? Any last words before he passed, if you can remember, if you can remember, he asked me to return this to House Forrester. He said this is where it belongs. With his family. Thank you. Oh, ja, wobei, ich wollte ja ausweichen. Jetzt wollen sie mich Hand an. Fix. Ich habe einen Bolton gekillt. Ich habe einen Bolton gekillt. Sie haben mich angegriffen. Sie haben mich angegriffen. Sie haben mich angegriffen. Benutzte den Kopf, solange er noch auf deiner Schultern sitzt, ist gut. ichUS Sie haben mich angegriffen. Ich danke dir. Er ist der Herr von diesem Haus, und er braucht unsere Hilfe. Es ist gut genug, dass die Boltonen uns die Hände zu schweigen und zu schweigen. Aber jetzt, das ist, ich werde dich auszumachen, und dich auszumachen. Der Junge war nur auf sich zu retten. Ich habe ihn nicht falsch gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Nicht in ihren Augen. Es ist nur die Chance, die Ramsey Snow brauchen, um uns auf die Torche zu tun und zu töten. Ich würde sie versuchen. Ich bin ein Riesk, das wir nicht machen können. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ich gehe einfach 6 Straf, wtf? Ich gehe jetzt nicht. Ich werde das beste für die Haus. Also gehe ich hin. Ich bin nicht leid. Ich weiß, es ist nicht fair. Aber es ist das beste. Ich bin nicht leid. Ich kann nicht leid. Ich werde kein Straf. Everybody, komme und meine Hand. Ja, Mist. Aber ich habe ja gesagt, bei dem Spiel wurscht was man macht, das ist falsch. Herr Forrester wäre stolz, dass du die Interessen des Hauses vorgesehen hast. Viele von Herrn Forrester bester Männer haben für die Krieg geholfen. Sein Großunkel war ein Ranger mit der Natswatch. Ich werde tun, was am besten ist. Was oft ist nicht das am einfachsten, aber trotzdem notwendig. Ich habe mir den richtigen Moment erwartet, um dir zu erzählen. Was? Lord Forrester's last words were, The Northgrove can never be lost. Wir haben es überbracht. Sorry, you caught me by surprise. It's not often discussed, if ever. Was ist der Nordherrn? What is the Northgrove? Most don't even know it exists. They think it's just a myth made up by wildlings and fools. And it's better kept that way. You haven't told anyone else, have you? No. This is important, Garrett. I need to know the truth. Lady Forrester asked. But I said nothing. Well done. Lord Forrester was right to put his trust in you. From this day forward, this will be our secret. But soon, I may need your help. But I can't say anything more just yet. Just know the Northgrove may very well be vital to the future of this house. Okay. But don't breathe a word of it to anyone at the wall. Become a Ranger if you can. It will help. Okay. Wir sollen uns dort anpassen. Ah, das ist das, was ich gesagt habe als Trickspruch. Ich werde dich stolz machen. Oh! Einmal was nettes in dem Spiel. Das passiert sonst nie. Oh, das ist ja nett. Oh, nehmen muss ich's auch. Ich schau nur. Ah, ich bin ein Toilin. Oh, das Pferd hat's nicht ehrlich. Oh, ein langer Weg voraus. Nächste Trophäe. Äh? Ethan? Ethan! Das Zähnenwechsel. Gut gemacht, das Zähnenwechsel. Das ist von Spaceballs. Ich konnte ihn nicht finden. Könnt ihr? Ach, wie macht er halt so einen Miss Eskalter? Ach en께서- Detroit? Genau, das ist sowas. Ich bekomme ihn ein bisschen. Auch wenn er das vorgetan hat. Ich bete домlich. Ups, ich hab vergessen das Mikrofon da. Oh, das ist wirklich fachigend, aber... Hat er das? Mir ist wüscht, was das sagt. Das ist ein Milchboden. Sokir. No, ja da. Wobei ich. Es ist schwer, wenn man dann so viel verantwortlich hat. Es ist schwer, wenn man dann so viel verantwortlich hat. Puh! Nein. Erzählt keine Blödsinn. Oh, es ist jetzt schon krankig. Ich bin so krankig. Ich bin 50 Verantwortungsgebuchs. Ja, ja. Schnell, schnell. Ja. Nichts. Ich bin der Lord, scheiß drauf. Ja. Ok, du musst es hier auf unserer Seite jetzt. Als würde ich das Spiel zum ersten Mal spielen. Es ist wirklich super mit mir. Mit meinem... Alles vergessen. Was vorbei ist. Oh oh. Die mit den Hütten sind die gefährlichen, hätte ich gesagt. Sie kamen unerwartet. Lord Whitehill ist in einer Lade. Ich glaube, Sie haben zu Herrn Ethan, warum sie hier sind. Was mit Garrod. Ich habe ihm gesagt. Lord Whitehill weiß, dass Garrod ein Schwier zu diesem Haus ist. Oder war, ich glaube. Ist. War. Oh shit. Was würde ich ihm sagen? Was soll ich ihm sagen? Es ist ein Game. Ich schüttel ihm die Hand, was soll ich machen? Es ist eben wurscht, was ich mache. Was war herzusehen? Wie könnte es vor allem? Du warst nicht angekündigt, du Idiot! Was warst du? Nein, ich hätte nicht erwartet. Ich hätte viel erwartet. Bloody Foresters! Das reicht! Das reicht! Das ist doch so kürig! Das ist doch so kürig! Das ist doch so kürig! Ich hätte ihn umbringen sollen! Ich hätte ihn noch verperrigt. Wie antwortet ihr für eure Männer? Kürig! Kürig! Ich habe mich darum gekümmert. Ich würde sagen fücchig, aber es ist keine Option. Das ist ja unglaublich. Er hat keine Manieren. Ich habe genug Geld. Ich kann dir vertrauen, dass du die Tür findest? Ich habe mich nicht verletzt. 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 Wir haben einen guten Job. sie hat Marjorie Tyrells favor. Und Lady Marjorie's Betrothal zu dem King may be enough to keep the Boltons at bay if it's presented to her as it should be. Gelesen. Was ist das? Es war sehr nett, Lady Marjorie, das zu mir zu geben. Oh je. Es hat damals zu Lady Elena. Ah, das ist nicht gut. Wenn die was hat, was ist das? Asher hat mir diese Koffer um ihn zu erinnern. Was ein wunderschönes Ort, Essos. Geschnitzte... Ja, schauen wir, auch noch geschwingt. Ethan made this for me. Oh, ich dachte, wir schauen uns das Buch an. Interessant. Also jeder hat was, jeder... Jeder hat was anderes für sie gemacht, dass ich's rausbringe. verstaubt das altes Buch hier schon mal geschwitzt. Die hat viele Geschenke bekommen. Ich hoffe, ich hoffe, ich sie alle irgendwann sehen. Okay. Fenster. Schau mal. King's Landing. Ich glaube, wir müssen das Zimmer verlassen, dass was passiert. Da sind wir da, Brief von Mutter. Da könnte vielleicht noch was drinstehen, was wichtig sein könnte. Margaret hat dich heißen, oder? Ich versuche mal zu merken, wer wer ist, aber ich sag ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung. Answer the door. Ja, ja, klopf noch ein bisschen, komm. Okay, machen wir auf. Das ist ein bisschen schmutzig. Ja, komm mal rein. Wer ist das? Ja, ja, ja. Ich bin nicht darüber gereden, ja. Ich bin ja eine Zufall. Wahrscheinlich. Wer ist das? Oh je, die schaut genau so blöd dran wie ich. I know they were talking about the Starks and and House Forrester. House Forrester. I hope you're not in any kind of trouble, but I thought you ought to know. Most people don't tend to notice a cowboy. Not in King's Landing with so many Lords and Ladies about. Ah, der ist ein bisschen so schwarz, weil er Kornjungen ist. You see and hear all sorts of things, when people don't even know you're there. Good night, milady. Gute Nacht ist gut draußen, scheint die Sonne. Naja, die ist wirklich traurig. Oh je. Noch mehr Entscheidungen, die ich falsch treffe. Aber hübsche Haare haben gerne. Ich glaube, ich habe von euch mehr als Freund als meine Handmaid. Also, ein Mann, ich liebe Freund, in fact. Thank you, my Lady. Deine�τα zu töten. was happened to your family I feel your pain as if it were my own what you've suffered is beyond imagining the very kind my lady of course Mira but you must not despair we will get through this together you must understand there are limits to what I can say especially here in King's Landing now the time to be Queen to have a handmaiden from the north whose family fought for Robb dark it raises questions at a time I can least afford oh yeah I see herself cornered me this morning outside the royal set oh yeah they want us to go on because our brother she mentioned a northern girl in my service and she painted you a traitor oh yeah she was very pleased with herself what does she intend to do she intend to make you miserable knowing that will make me miserable as well she demands she wants an apology of some sort for what I don't know but she's waiting for us now and I promised I would bring you to her I wouldn't ask this of you if it were not important I cannot afford any conflict with the wedding so near what do I say find a way to appease her is important to her tell her what she wants to hear I don't know what she wants to hear see if we meet it is ready to receive us who are looking at me you'll be fine I know you will you may feel one thing but you must say another lügen was das Zeug hält bis sich die Balken biegen good luck you can do this you can do this you can do this you can do this with perfect you can do you Ich freue mich. Ja. Das ist falsch. Ich denke, das ist falsch. Ich denke, das ist falsch. Ich denke, das ist falsch, dass ich die neue Liege-Lorde schweite, Ruse Bolton. Ruse Bolton? Mist, das war auch falsch. Joffrey will need a steady supply of Ironwood for his armies. I'm told there are others who would happily serve that purpose, but I trust we can rely on House Forrester. Forrester Ironwood does seem rather unique. I said nothing. I don't know what I should say. Perhaps not then. It would be a shame to see it fall into the hands of another house. I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Ask any Lannister and they do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. Yes, Your Grace. I would do anything. I see. What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks, wielding a battle axe for the Northern army. It raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the rule? Our dear Margaery here was betrothed to Renia Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms? Can we fault her for her mistake? Should she be held accountable? I pass my position, sorry. It is not her place to say, Your Grace. The girl must have an opinion on the matter. If there's a point to this, I hope you find it quickly. Loyalty can be such a hard thing to define. This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves. Pretending to be something they're not. Who knows what lurks within their hearts. You are a girl from the North, here in service to Lady Margaery. One can only assume her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. And if your loyalties were to become conflicted between your king and the very person whom you serve, what would you do then? I'm sure she would- Let the girl answer the question. Go on, my loyalties would never conflict. Your Grace. That's a coward's answer. I will not have my time wasted by a northern girl who thinks she can play games. Who do you choose? Scheiße. Den König? Jeder- Habe ich gesagt, jede Antwort ist falsch? Ich habe ihr die Treue geschworen. Was soll ich jetzt sagen? Oh-oh. 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 Ich würde ein Wort mit dir, wenn ich das mag. Natürlich, your Grace. Mist, Mist. Das ist nicht gut ausgegangen. Und jetzt bin ich mit dem Zwerg alleine auch noch mit dem... Schaut euch den an. Wieso ist der jetzt nett? Wieso ist der nett? Wieso ist der nett? Ich sage nichts. Ich sage nichts. Ich sage nichts. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Cersei ist sozusagen seine Schwester. Der Master of Coin wirft er die Mütze? Was schlägt dir vor? Scheiße. Das war wieder falsch. Kauf. Oh. Bitte? Mar haber. Okey, sie hat nein gesagt. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Ja, das haben wir gerade gesehen, das Schlangen-Nest. Diese Antworten könnten noch einfacher sein, ha? So, kurz ein Tuch abnehmen. Na, nicht gut. Ich sag nichts. Es ist doch kurz, wo man sich da? Ja, sag mal noch ein paar Namen, die ich mir nicht merke. Das bringt uns auch in Schwierigkeiten. Wer ist jetzt der Joffrey wieder? Das muss ich nicht zur Königin werden. Ja. Sie ist eine Intrikantin, oder? Na, bum. Ja, jetzt gibt's ja gar. Verzeihrt, meine Lady. Ja. Und deshalb ist es gut, dass wir weit, weit weg weg sitzen. Ja, ja. Ja. Na, das wird es gut sein, meine Lady. Ja. Das ist eine Worte. Ja. 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 Ich weiß auch immer nicht, ob ich die Schleister von den Binder weggeschickt wurde, oder ob ich zu den verabschiedet habe. Ja. 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 Aber ich nicht. Unter vier Augen. Ja, das wird sie sich merken, aber ist mir wurscht. So. So. Schau, die geht nicht. Jetzt geht's. So. Ja. Jaja, die soll sich erinnern. So. Bekeh. Meine Mutter baut unsere Hilfe. Ich hab schon wieder vergessen, um was geht. Entschuldigung, meine Damen und Herren, ich würde das nicht so fragen, aber meine Mutter hat gesagt, es geht um meine Familie. Ramsey Snow, was würdest du mir machen? Meine Mutter hat Angst, dass unsere Familie zu Hause wird, wenn Ramsey ist zu tun, wie er möchte. Sie hat gedacht, wenn eine Raven könnte die Bolltons senden, um sie zu wissen, dass House Forrester hat die Schutz der Krone. Ich weiß, es ist viel zu fragen, und ich würde das nicht so fragen, aber sie hat gesagt... Was? Das ist eine kleine Abmeldung, vor allem jetzt. Ich weiß, meine Frau, und ich würde das nicht fragen, dass ich euch nicht fragen würde, aber meine Mutter hat mir keine Wahl gelegt. Sie hat mir gelegt. Joffrey weiß nur, dass deine Familie für Starken zu schlussst. Und jetzt, dass du ihn verletzt hast, wenn ich ihn mit ihm besuchen würde? Ja, das ist wirklich so. Ja, das ist so. Es ist so schlimm, wofu! Ich weiß auch immer nicht was ihre Familie ist, sind das jetzt die Forresters oder die... Der König betet euch an? Ich weiß nicht einmal wer sie heiratet. Mein Gott. Hm. Ja? Genau, das ist die Frage, ist sie die Schwester von ihm oder ist sie die Schwester von denen, die bei den Forresters daheim wohnen? Das war eh nicht so motiviert zu Fuß zu gehen, das war ja ein ganzes Pferd. Du willst schon wieder nach Hamdraht schauen. Nein, nein, nein! let's play a little game. Shall we? Did you know my ancestors wore the skins of their enemies as the coat? Uh oh. Oh, das wäre nicht rot, wenn ich im Deck. Ein gehäubteter Mann. Okay, jetzt muss ich mich schon wieder entscheiden, was ich machen soll. Ja, ich habe ein Problem. Das ist der Sound of the Silence. Da. Das ist der Klang der Vergebung. Hörst du das? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Lauf weg, pack die Bohne! Scheiße, das war sicher falsch. Ich bin ja tot. Oder auch nicht. Erst in der nächsten Szene. Boom, das geht schnell hin und her. Der Kot fix zu den Forresters. Das weiß ich. Der Kot fix zu den Forresters. Das weiß ich. Und ihr Grandfather, Lord Thorin the Bold. Der Kot fix zu den River Valley von den Whitehills. Was sie meinen Vater nennen? Lord Gregor the Good. Wie werden sie mich nehmen? Wie werden sie mich nehmen? Wie werden sie mich nehmen? Das ist für Sie, um uns den neuen Lord zu definieren. Was? Hat er uns jetzt schon Kämpfen beigebracht? Ja, ich nehme den da. Kann ich das überhaupt? Aber ich kenne ja gar nicht so viel. Ich weiß nur, dass der mit dem Bart loyal ist. Okay. Okay. Okay, der nächste. Wer ist dieser Mann? Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Hat er das jetzt wirklich gesagt? Warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Sag ich, der wird von vorne bringen. Es geht gar nicht um die Bantlinge, von dem Kripp ist da. Beruhig dich einmal, hau- puh! Aber ich habe nicht einmal gemerkt, dass mich der nicht als Lord angesprochen hat. Gut, dass der ganze Pöppel da steht. Er ist entscheidend, Mist. Dann schick mal er an die Wand, ja. Ja? Schnau- puh! Schnau- puh! Schnau- puh! Schnau- puh! Schnau- puh! Schnau- puh! Das wird eine Injustice, mein Herr. Bitte, mein Herr. Meine Familie beträgt auf mich. Mist. Ähm, ja. Und er schaut auch noch, wenn Hunde Welpe drehen. Also, lass Gnade walten, ist einmal fix falsch. Kann man mit drei Fingern weniger arbeiten? Oder kämpfen? Wenn ich ihn zur Mauer schicke, verhungert die Familie. Das ist einmal klar. Und Gnade walten, habe ich gerade gesagt, ist falsch. Also Fingern. So. Warum mach das nicht gleich selber? Hä? Fack die Bohne, ich will das gar nicht sehen. Ja, ja, gib her, das Messer. Ja, ja, ich mach das schon. Ich will die Sentiks wegnehmen. Bitte, hau daneben, bitte, hau daneben. Boah, ist das großartig. Finger abhacken. Ich kann sonst gar nix machen. Scheiße. Ah, immer hinschauen muss ich auch. Ah, immer hinschauen muss ich auch. Das Urteil eines Lords. Boom. Aber wenigstens lösen sich alle auf. Das ist immerhin etwas. Das war sicherlich unbezüglich. Aber ein Herr muss unsere Verpflichtung treffen, wenn es ist. Nicht nur dir selbst, natürlich. Frage, ist das Richtige getan? Aber? Da hat meine Frage nicht beantwortet. Wen würde ich ihr wählen? Ich und der. Ja. Wieso gibt es jetzt zwei Typen mit Bart? Wo hast du jetzt wissen, wer wer ist? Also ich muss heute Abend irgendeine nicht tippen. Ich verstehe, scheiße. Also. Ja, es sind zwei mit Bart, aber ich habe gesagt, ich nehme den mit Bart. Weil der fix loyal ist. Glaube ich. Ich zeige ihm. Ah ja, Ansehen ist einmal gut. Dann weiß ich, wie er von vorne ausschaut. Was macht er mit seinen Fingern? Also. Sprechen wir mal. Duncan. Auch übel. Genau. Aber wer hat garrett semmet? Ich weine garrett nicht. Normalerweise müssen wir ihn zu erwarten. Können Sie sich sein? Warum habt ihr Gerrit weggeschickt? Ich verstehe, eigentlich verstehe ich es nicht, aber... Gibt's da kein Notizbuch, wo ich nachschauen kann? Nahrungsmitteln. Also schauen wir uns den auch an. Das ist der, den ich nicht so leibend finde, glaube ich. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Oh, das ist der. Das ist der falsche. Noch nie. Nein! Jetzt, wenn ich sage Pari, geh die Sorte raus! Oh Mist. Warte, der heißt Master Ortengren. Der heißt nur Dankener Mist. Malcom? Mr. Malcom? Mr. Malcom? Ist das okay? Von ihm. Also der Malcom ist nett. Malcom? 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 Wenn ich der Lord bin? Und ich bin jetzt hier. Ja, ich bin jetzt hier. Aber meine Mutter ist das nicht die einzige, die ich face. Meine Menschen sind auch Angst. Ich bin gesagt, ich muss eine Sentinale wählen. Ich bin gesagt, ich muss eine Sentinale wählen. Wenn ich so bin, so bin ich so, dann ist Roiland der Mann für das Job. Er wird eine gute Wahl. Und ein Träger ist. Und ein Träger. Wir sind in der Kriege. Du bist ein Krieger. Roiland hat seine Mannschaft und wird und bringt strength and discipline to this house. Duncan would offer sage advice. But now is not the time to negotiate. Not with the likes of Ramsey Snow. Thank you, uncle. Ethan, I need to talk to you. Oh, God. Den Sir... Pfff. Sir, ich denke, es ist nicht so wichtig. Mother told me, Mira has asked for Lady Marjorie's help. Did she? I knew we could rely on Mira. She always thinks of family above all else. Hopefully Lady Marjorie's influence will be enough. Hopefully Lady Marjorie's influence will be enough. But right now I'm more concerned about you. I saw what you did to that man. The way you punished him. How could you be so cruel? How could you be so cruel? I'm worried about you. What am I supposed to think? I think this is end for. I think it's easy. I'm the third born son. Father never prepared me for this. I'm doing the best I can. I know you are, Ethan. I know. I know you told me you'd have to change, but I suppose I hadn't believed you would. I can't afford any more mistakes. Everyone knows what happened with Lord Whitehill. Garrod being sent to the wall without my knowledge. I know. And that wasn't your fault. I'm the Lord. It's my responsibility. The people want me to lead. They need me to, but... What? Ethan, please. Who should I name as my sentinel? You should definitely be Duncan Tuttle. He's dependable and smart and everyone trust his judgment. So Roiland is unpredictable and likely to make matters worse. You have always given me good advice. Thank you. That's right. That's right. First I wanted to choose the one, then I wanted to choose the other. Now I want to choose the other one. Ah. So, let's see what he says. So, let's see what he says. So, Roiland. A word? Of course, my lord. I have many decisions to make. And I wanted your advice. Oops. I need to name a sentinel. Ah, you do. And it's good you came to me. I know this house. And everyone here knows me. They know I can hold the reins or wield the sword in equal measure. I'm the man you need. And might I remind you. It was Duncan Toth who sent Gareth to the war. He undermined your authority and made you look weak to the White Hills. I would never do that to you. And if you pardon me saying so, I think your father would be proud. Seeing you make good choices as a young lord. I haven't made my decision yet. But I appreciate your opinion. So, when will you declare your decision? I have no idea. My lord. My lord. I'm sorry. My lord. My lord. Oh? das fallt runter das ist das kind das hilft mir jetzt auch nicht weiter wo ist denn der typ mit dem bad jetzt hin das waren doch zwei typen mit bad der eine und der andere wo ist der eine von dem komme ich gerade ich rede noch mal kurz mit dem vielleicht sagt er noch was mein lord are you now ready to name your sentinel was man what is it you're doing over here admiring the ironwood my lord i studied it at the citadel the wood may be black but i see gold an entire forest of gold what do you mean it is our greatest asset my lord why not give some of our ironwood to house bolton and have them leave us be we could ransom ourselves you can hardly put a price on your own life or the lives of those you love ransom or a robbery you may pay him now but what's the stopping from coming back again lord is the dangers of today outweigh the fears of tomorrow but i have never been with you what is it in turn come on your dogs you'll not be fighting here forever Mist, im Turm ist wahrscheinlich die Mama, oder? Nein? Ja, das hat es jetzt gebracht, dass ich dahergegangen bin. Gut. Ich will jetzt den Kriegstypen, ich weiß nicht. Ich kann mit denen nicht mehr reden. Mit ihm kann ich noch reden. Ich gebe sie ihm, ich weiß nicht was ich machen soll. Nein, ich bin nicht sicher. Nicht ganz? Nein, ich glaube nicht. Aber ich bin immer noch für den Job. Ich verstehe. Nämlich dein Sentinel ist nicht sicherlich, mein Lord. Natürlich. Aha. Jetzt kann ich ihm das nicht mehr geben? What the fuck? Wie sieht unsere Verteidigung aus? Was ist die Lage von unseren Verteidigung? Sind diese Männer bereit für was kommt? Diese Leute, bereit? Nein. Aber sie werden nicht. Wir stellen jemanden, der kann ein Speer auf dem Parapit. Up, wo sie nicht viel scrutiny bekommen haben. Und wir stellen uns die wehren, die wehren, die wehren, die wehren, die wehren. Das zeigt, dass Ramsey eine Wehren in unserer eigenen Recht. Du musst die Kraft projekten. Besonders wenn du sie schwachst. Dankeschön, Herr Roiland. Ich lasse dich zurück zu trainieren, diese Männer. Danke, mein Lord. Und, äh, Du solltest wissen, dass du das Blatt selbst anstiegst. Es war ein Mannsweg der Justiz. Du bist nicht wert und lecker. Du bist nicht wert und lecker. Mein Lord. Du bist jetzt bereit, um deine Sentinale zu nennen? Ja. Ja, Maester. Ich bin bereit. Sehr gut. Ich werde den kleinen Council anstieg. Ja. Wenn man sich nicht so behindert anstellt wie ich, dann dauert die Folge wahrscheinlich eineinhalb Stunden. Bei mir dauert es eine Stunde vierzig wahrscheinlich. Daniel... 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 Ich kann nicht mehr sagen, dass er das ist. Er ist Beladict. Ich habe den Falschen gehört. Ich habe den Falschen. Ich habe den Falschen. Ich habe mich nicht in die Falschen. Ich habe den Falschen. Wir müssen eine Ausflade nehmen. Wir müssen ein Ausflade machen. Gentlemen, bitte. Es ist nicht so, dass Meera geholfen hat. Es ist nicht so, dass Meera geholfen hat. Es ist nicht so, dass die König zu intervenieren. Aber wir müssen ein Plan, wenn Meera's efforts nicht erfolgreich sind. Ich信 mir Meera's judgmental. Ich weiß nicht, dass sie alles in ihrer Macht hat, um uns zu helfen. Mutter, was du empfiehlt? Wir müssen ihm alles, was er will. Es ist zu gefährlich zu tun. Wir müssen die Boltonen in der Tat geben. Warum nicht eine Erziehung für Frieden, mein Herr? Tja, die Wiesnung der Citadel. Wir können den Boltonen die Böden in der Tat geben, in der Tat der Tat. Du musst dich schuldig sein. Es ist pure Folly, die nur die Kürze, die wir mit uns verdienen müssen. Enough! Wir versuchen es mit Diplomatie. Aber was ist der Unterschied, dass wir verhandeln werden? Oder wir werden es mit Diplomatie versuchen? Diplomatie? Das muss ich immer merken, bis zum nächsten Mal, dass ich um die Treue scheren möchte. Wir sind eh Probevater. Ethan hat seine Meinung gekannt, und Sie werden seine Entscheidung respektieren. Aber kann ich nicht trotzdem die Männer dort hinstellen? Entschuldigung, Herr Herr. Wir sind natürlich hier, um dir zu helfen, als wir deinen Vater zu helfen. Ja. Habe ich den jetzt nicht gerade zugestellt? Dann, lass uns entscheiden, wie wir den Platz für Ramseys zurücksetzen werden. Gehe ihn in diese Halle, und ihn mit Face-to-Face. Lord-to-Lord. Ramseys Schnee ist kein Herr, das ist absurd. Sie treffen ihn an der Gate, mit so viel Kraft als wir können. Lass ihn ihn warten. Lass ihn ihn warten. Lass ihn ihn auf Ironrath. Und wenn er erneut, er weiß, dass es nur weil du es gegeben hat. Lord-Ethan? Das eine zeigt Schwäche, und das andere zeigt Schwäche. Und er macht uns aber angreifbar. Eigentlich macht uns beides angreifbar. Ich will ihn in der großen Halle treffen. Es ist schuldig. Kannst du nicht sehen, dass du dich komplett stehst? Du wirst uns in die Ruhe bringen. Ich habe das Haus für viel zu lange, um hier zu sitzen und zu hören. Du bist sicher, dass wir uns alle getötet werden. Sitz! Auf einmal! Oh! Aus sohbert. Oh! Wo? Aber jetzt haben wir es getrennt, wissen wir, was wir machen müssen. Wir treffen Ramsey Snow in der Great Hall, und wir werden nicht unsere Ironwood geben. Nein, egal was, ich werde neben dir stehen, mein Herr, wo dein Sentinel belongs. Dann vielleicht sollten wir adjourn. Wir müssen die Haus vorbereiten. Oh, okay. Mein Herr, du hast den Sentinel erwähnt, aber du bist immer konflikt. Und egal was, du kannst du nicht indecisiv sein, nicht wenn du diese Haus helfen willst. Entschuldigung. Es gibt immer die, die fragen deine Leidenschaft. Ja. Okay, wir haben die Karte gemacht. Was? Ja. Wird du nicht auf das? Ja. Das ist nicht aufwärtig. Was ist das? Was? Was ist das? Nein. Was sind wir hier? Was ist das? Genau. Was ist das? Was ist das? Ah, okay. Sie hat ihn weggeschickt, weil er nicht regieren will. Das war seine erste Instinkt. Asher knackt die Hände aus. Natürlich, dein Vater war furchtig. Aber du war in Gefahr, und es gab nichts anderes Asher brauchte. Asher nicht schwebt. Er schwebt, und wir brauchen das. Du hast viele gute Qualitäten. Aber du hast keine Angst in dir. Das ist etwas, was wir nutzen können. Du bist ein Erinner, Ethan. Du bekommst, und ein Herr braucht das. Aber ein Herr braucht auch Sorten. Darf ich mich jetzt noch entscheiden, oder? Ich versuche, was das beste für diese Familie ist. Was diese Familie braucht. Ethan, lass mich Malcolm an Essos senden. Ja. Danke, Ethan. Ich bin froh, dass du mir das machen würdest. Danke, Ethan. Ich weiß, dass du nicht allein bist. Du bist ein Forrester. Mira sitzt mit uns, und sie kann uns helfen. Das ist heftig. Das hört nie auf. Ich schaue jetzt ganz kurz nach, wo wir sind. Und es tut mir leid, es gibt jetzt ganz kurz einen Blue Screen. Ich versuche einfach weiter zu reden. Und nachzuschauen, wo wir gerade sind. Und zwar sind wir im letzten Kapitel von Folge 1. Okay. Also, wir sind im letzten Kapitel von Folge 1. Ähm. Ja, zeig her das Teil. Überlegs zurück. Ich geh mal da raus. Oh. Das Lied habe ich nicht gerechnet. Okay. Hi. Mhm. Jetzt ist sie beleidigt, weil ich nicht wollte, dass sie zuhört. Ist das beleidigt? What the fuck? I'm sorry, Sarah. You shouldn't take it personally. Well, I did. Ich dachte, es gab Schwierigkeiten zwischen uns. Das sind so interessant. Na, na. Jetzt Frau Marjorie denkt, dass Sie mir nicht glauben. Und sie sehr viel benutzte deine Meinung. Oh oh. Ich habe die Puls ein Schatz. Oh oh. Oh oh. Okay. Meine Frau, ich lasse dich, um zu sprechen. Das ist normal, oder? Nein. Das ist ein Fortschrug. Nein, das ist ein Fortschrug. Das ist ein Fortschrug. Nein, das ist ein Fortschrug. Hier ist es ein Fortschrug. Vielen Dank, das haben Sie gehört. Das ist ein Fortschrug. Oh, das ist etwas in seinem Fortschrug. Oh, das ist ein Fortschrug. Das ist ein Fortschrug. Das war dein Fortschrug. Ich habe die Fortschrug bei mir mitnehmen. Warum hat sie es dann gemacht, wenn sie sich so gut auskennt? Sie hätte es mir ja sagen können. Das sieht dann auch bald aus, das ist eine lange, lange, ein langes, langes erstes Kapitel. Es freut mich, dich zu sehen, aber ich glaube, es ist nett. Ich glaube, es ist nett. Wie kann sie helfen? Keiner helfen. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt gesagt hat. Wir sind im letzten Teil von Kapitel 1. Der Typ hat uns beobachtet. Und jetzt? Oh Gott. Wie werden sie gerecht sein? Ich habe doch keine Ahnung. Verschätzt mein Vertrauen. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass du gleich arbeiten kannst. Ist doch ungustelig, schau dir den an. Ein Ahnung, Heifer? Ironwood ist nahe im Verbrecht zu fliegen, mein Herr. Ist er? Kann ich Herrn Ramsey von Haus Bolton orientieren? Zinin von Ruz Bolton? although a bastard lord ramsey has the full authority of the although a bastard von fanny lustig who is this little boy is he lost i love bread and salt lord ramsey i love bread and salt at this is an art you the little lord lord whitehall told me you were young this look at you what the fuck is that we don't look like much your father will appreciate it i hope our iron word is highly sought after my father is not so easily impressed not bad lord white hill can you a lot do this given enough time we could learn given enough time you could do a great many things but not this oh ich war richtig anscheinend war ich das keine ahnung look at that more forest lord ramsey oh oh come out here i can see you das muss ich jetzt machen ich glaube ich habe es richtig aber was mache ich jetzt ja ja das muss ich jetzt machen wer wird sich daran erinnern es ist das ich achte die bohnen sind ohr euch g im g die 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 Nein, vielleicht nicht. Ja, ja, der hat dich jetzt gerade gefragt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte irgendwas sagen sollen, aber was? Sie wird zerstören die Bäder, man wissen schlechte Handwerker auch noch, aber... Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, 20 ist ganz schön fehl. Es wird mir Probleme vorlesen. Das wird mehr Probleme, nicht weniger. Nicht für mich. Aber es war ein Versuch wert. Oh oh. Oh oh. Irgendwie hat ihn... Oh oh. Oh oh. Du hast gesehen, wie deppert er da reingeschaut hat. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Wir müssen noch etwas sagen. Ja. Ich habe eine Idee. Du kommst mit mir. Du kannst mein Highborn Ward sein. Lord Ramsey, das ist genug. Du möchtest Hanting? Lass sie gehen. Sie ist ziemlich schön. Deine Freundin. Wir gehen zusammen gut. Mein Herr, wenn du eine Hostage möchtest, zieh mich. Ich glaube, du kannst bleiben. Oh, das war richtig? Ich bin deutsch. Was hast du getan? Oh oh. Ich weiß nicht mal, ob ich das versprechen kann. Ich habe mir etwas anderes gesagt. Mein Herr! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Gut, dass ich den Escher holen habe lassen. Dass der zumindest von da ist, wenn ich dort bin. Oh nein! Oh nein! Habe ich gesagt, was man macht ist falsch. Oh nein! 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 Ich glaube, das war jetzt das erste Kapitel. Ja, puh. Also, es ist losgegangen. Puh, puh, puh. Das sollten Sie mich das nächste Mal vorher vorspielen, dass ich weiß, was ich jetzt gemacht habe, oder? Also, das kommt das nächste Mal. Na gut, dass Sie mich ja nicht daran erinnern können, dass wir das nicht. Ich habe gesagt, leichtes Platin. Ich glaube, andere Leute, die sich besser entscheiden können, sind nach eineinhalb Stunden fertig im ersten Kapitel. Ja, puh, du bist offline. Ja, ich weiß, dass ich offline bin. Das habe ich gemacht, um Zeit zu sparen. Jetzt wollte ich Geld zu sparen sagen. WTF. Bin auch schon wieder. Ja, ich sage mal, danke schön fürs Zuschauen. Das war das erste Kapitel von Game of Thrones. Wie ich gesagt habe, jede Entscheidung ist falsch. Ansonsten, ja, danke schön fürs Zuschauen. Habe einen schönen Tag. Wir sehen uns dann irgendwann. Irgendwann. Oder hören uns. Ansonsten, ja, danke schön fürs Zuschauen. Macht's alles gut. Und ciao.